Natürlich könntest du mal Hörner von den Birner-Fest und Holger Birner zu dir mitbringen. Ja, ich meine, am Katzenflechten Birner mitbringen. Ja, ich meine, am Katzenflechten Birner mitbringen. Ja, ich meine, am Katzenflechten Birner mitbringen. Nein, ich meine, am Katzenflechten Birner mitbringen. Ja, 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 ich meine, am Katzenflechten Birner mitbringen. Untertitelung des ZDF, 2020